Jo Leute, kurz vor dem Intro noch eine ganz kleine Information und zwar haben denn liebe Nexus Plays, 12 Maze, Sein, Zyvux, DbM99 und ich ein kleines Abo-Treffen geplant und zwar wo das stattfinden würde, nämlich vor dem Burbaki Museum in Luzern, ich kann euch noch einen Link zum Google Maps in die Beschreibung packen und zwar liegt es am Löwenplatz 11 und wann das stattfinden würde, nämlich am Sonntag am 29.05. um 14 Uhr, kommt um 14 Uhr nicht früher, denn wir sind erst um 14 Uhr dort. Also wer Interesse hat, wenn so viele Leute wie möglich kommen würden, ja ein kleines spontanes Abo-Treffen, es ist eigentlich ein Event, Systiver Event, ein Meet & Greet nicht organisiert von uns, also wir sind dort auch nicht eingeladen und wollten dort sozusagen ein bisschen mitmischen. Ja, also wenn ihr Interesse habt, guckt mal ob ihr Zeit habt am Sonntag um 29.05.2016 um 14 Uhr, würde uns sehr freuen. Dann noch eine ganz kleine Information zum Intro, es ist, naja, leserlich und ja, viel Spaß uns noch, ciao. Let's go Let's go Let's go Let's go